Yo Baby, yo Baby, yo! Auf geht die wilde Fahrt in eine neue Folge des Erfolgreich-Schreiben-Podcasts. Was hat das mit Yo Baby zu tun? So richtig gar nichts, denn heute befassen wir uns mal damit, was ist gutes Content-Marketing bzw. was ist Content-Marketing überhaupt? Die Frage kam nämlich in der letzten Zeit häufiger aus der Community und eure Fragen greife ich doch immer gerne auf. Los geht's! Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Ausgegebenem Anlass, bevor wir in die heutige Folge starten, noch einmal eine Triggerwarnung. Triggerwarnung ist ein sehr großes Wort für das, was jetzt kommt, denn Trigger sind eigentlich was, was die Psyche antriggert. Dies hier ist wirklich eigentlich eine Triggerwarnung, die den Namen nicht verdient, denn es geht ums Gendern. Aber manche Leute, die rasten dann tatsächlich so ein bisschen aus, habe ich in der letzten Zeit des Öfteren mal wieder gehabt. Und deswegen warne ich jetzt vor, ich gendere. Zumindest bin ich stets bemüht, denn wie das halt so ist, wenn man sich neue Gewohnheiten zulegen will, ich mache das ja zwar schon eine Weile, aber es funktioniert immer noch nicht so richtig gut, denn ich bewege mich auch in einem Umfeld, wo sehr wenig gegendert wird und ich bleibe aber am Ball. Also sieh es mir nach, wenn es mal ein bisschen holprig ist und wenn dir das Gendern nicht gefällt, dann bist du in diesem Podcast leider falsch. Es hilft auch nichts, mir zu schreiben, warum ich nicht gendern sollte. Ich habe mich aus bestimmten Gründen dazu mal entschieden. Dazu werde ich demnächst auch mal eine gesonderte Folge machen und das alles nochmal ganz genau aufdröseln. Aber du brauchst mir nicht zu erzählen, warum das die Sprache vergewaltigt und sonst irgendwie was. Das weiß ich, geht mir ein Stück weit genauso, aber es gibt einfach gute Gründe fürs Gendern, die alles andere stechen. Deswegen mache ich das. Wenn es dir nicht gefällt, dann sorry, dann bist du hier falsch. Aber es gibt ja, das ist die gute Nachricht, ganz viele tolle andere Marketing-Podcasts, wo das nicht gemacht wird. Ich empfehle dir die, scroll mal durch, such dir andere Podcasts raus. Hier passt man halt einfach leider nicht zusammen. So ist das manchmal im Leben. Und an alle die, die auch gendern oder sich dadurch nicht gestört fühlen oder die sagen, ja komm, ich will das auch mal versuchen. Ihr seid alle herzlich willkommen. Und von mir aus musst du auch nicht gendern, aber versuch nicht, mich umzustimmen. Das ist das Thema. So, jetzt aber rein in die tatsächliche Folge. Ich musste das nur nochmal loswerden, weil gerade wieder so ein paar Diskussionen aufgepoppt sind. Und dann muss ich das zwischendurch nochmal sagen. Die Frage ist jetzt, der wir uns tatsächlich heute widmen wollen, was ist Content-Marketing? Was ist gutes Content-Marketing? Ja, und wie gesagt, und was ist das denn überhaupt? Fangen wir mal so an. An der Grenze, sagen wir, in die Niederlande. Ein Mann fährt mit dem Fahrrad vor, auf dem Gepäckträger hat er einen Sack. Der Zöllner, und? Haben sie was zu verzollen? Der Mann, nö, sagt der Zöllner. Und was haben sie in dem Sack? Sagt der Mann, Sand. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, ja, ist tatsächlich Sand. Eine ganze Woche lang kommt jeden Tag der Mann mit dem Fahrrad und dem Sack auf dem Gepäckträger an dem Zöllner vorbei. Am achten Tag wird es dem Zöllner dann aber doch zu doof. Sagt der Zöllner, was haben sie in dem Sack? Sagt der Mann, Sand. Und der Zöllner sagt, okay, mal sehen. Der Sand wird diesmal durchgesiebt. Ergebnis, nur Sand. Der Mann kommt weiterhin jeden Tag zur Grenze. Zwei Wochen später wird es dem Grenzer dann zu doof und der schickt den Sand dann ins Labor. Und was sagt das Labor? Ist nur Sand. Nach einem weiteren Monat der Sandtransporte hält es der Zöllner nicht mehr aus und sagt zu dem Mann, Also, ich gebe es Ihnen schriftlich, dass ich nichts verrate, aber sagen Sie mir bitte, was Sie schmuggeln. Ich werde wahnsinnig. Ich träume da nachts von. Und ich gebe Ihnen Brief und Siegel, es passiert Ihnen nichts. Guckt der Mann ihn an und sagt, Fahrräder. Ich schmuggel Fahrräder. Warum erzähle ich dir diese kleine Geschichte oder Witz, was auch immer? Gutes Content Marketing ist genau so. Gutes Content Marketing sind die Fahrräder. Man sieht das Marketing im Grunde täglich, identifiziert es aber nicht direkt mit Marketing, Werbung oder Verkauf. Warum? Weil gutes Content Marketing immer Mehrwert bietet. Und der Mehrwert ist einfach so interessant, dass der Marketing Aspekt eher unbewusst mitschwingt. Ja, ich weiß, hast du schon tausendmal gehört und hängt dir vielleicht auch zum Hals raus. Gutes Content Marketing bietet Mehrwert. Ich kann auch verstehen, wenn dir das zum Hals raushängt. Gib mir trotzdem einen Moment, um über Mehrwert und den Unterschied zum Marketing ohne Mehrwert zu sprechen. Weil dann wird schneller ein Schuh draus. In den 90ern hat die Zigarettenmarke Lucky Strike mal so ein paar richtig, richtig gute Anzeigen gemacht oder Plakatwerbung auch. Und mir ist das als Plakatwerbung aufgefallen. Ich weiß das noch wie heute. Ich weiß auch, wo die noch immer, witzigerweise, weil es hat mich so beeindruckt, wo die Plakatwerbung hing. Ich bin da mit dem Auto dran vorbeigefahren. Nachts irgendwie, als ich aus der Disco gekommen bin oder vom Arbeiten, vom Kellnern. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich bin nochmal umgedreht, um mir das Plakat nochmal genau anzugucken. Leider habe ich kein Foto davon gemacht. Und das hätte ich mal machen sollen, weil ich habe es im Internet so auch als Bild nicht gefunden. Sollte es einer von euch als Bild haben, diese Plakatwerbung beziehungsweise diese Anzeige, bitte schickt es mir. So, und jetzt erzähle ich, wie die aussah. Eine große Schachtel Lucky Strike war ganz groß abgebildet. Darauf lag eine Zigarette, die am Filter angezündet war und die Headline lautete Johnny Dudeb. Fand ich mega witzig. War genau meins. Das Produkt stand eben riesengroß im Mittelpunkt und es war zusätzlich unglaublich witzig. Und mal abgesehen davon, dass Johnny Dudeb zu der Zeit auch wirklich Luckys geraucht hat, ich glaube, das macht er auch immer noch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber zu der Zeit war es halt so. Trotz aller Unterhaltung handelt es sich bei diesem Plakat, beziehungsweise der Anzeige, nicht um Content Marketing. Es war eine sehr gute, wenn auch normale Produktkampagne. Zur gleichen Zeit brachte die Hundefuttermarke Pedigree Pal die kostenlose Zeitschrift der Champion raus. Und es war eben eine kostenlose Kundenzeitschrift, die bekam man zugeschickt, wenn man auf eine Anzeige oder auf ein damals noch Briefmailing, das kennt kaum noch jemand, reagiert hat. Man abonnierte die Zeitschrift sozusagen kostenlos gegen deine Daten. Du hast gesagt, so hier pass mal auf oder auch, ich glaube auch auf den Dosen, auf den Hundefutterdosen und ich glaube auch auf den Frohleckpackungen, weil Frohleck gehört auch zu Pal oder Pedigree heißt es glaube ich heute. Da waren eben so Coupons drauf, wo du dir diese kostenlose Zeitung anfordern konntest und die hast du dann viermal im Jahr bekommen. Und die Zeitschrift, die enthielt in der Regel so ein Porträt von einer Hunderasse, ein Artikel zur Hundeerziehung, was zur Gesundheit, natürlich auch was über Fütterung. Dann haben wir mal, also ich habe die Zeitschrift nämlich mal eine Zeit lang geschrieben. Ich habe mir mal irgendwann vor langer, langer Zeit, ich habe es ja gerade verraten, in den 90ern in Werbeagenturen gearbeitet. Und wir haben auch mal eine Serie gemacht in dieser Zeitschrift über Jobs von Hunden, also Schlittenhunde oder Suchhunde, Feuerwehrhunde haben wir porträtiert. Ja und wie gesagt, und natürlich gab es immer was über richtige Hundeernährung. Dabei waren die Artikel, aber auch die Ernährungsartikel nicht so plump im Sinne von Fütter jetzt mal Pedigree, Pal und fertig ist die Laube. Und das waren so richtig Artikel über Futtermittelallergien, da wurden dann auch ExpertInnen befragt. Oder es ging darum, was im Hundekörper passiert, wenn der Hund zum Beispiel zu viel Zucker oder zu viel Salz frisst. Und natürlich gab es immer eine Lösung von Pedigree, aber die war eher, sag ich mal, ja, also sie war nicht so mit Knüppel auf dem Kopf. Und man hat eben vorher auch schon sehr, sehr viel gelernt. Und das ist Content Marketing mit Mehrwert. Du merkst also, so diese Content Marketing Idee, die ist gar nicht so neu, also hat gar nicht so viel mit dem Internet zu tun. Und das älteste Beispiel, was ich zum Beispiel gefunden habe, ist von 1895, so alt ist Content Marketing. Denn 1895 brachte der Treckerhersteller, wie wir in Hamburg sagen würden, also Traktoren- und Landmaschinenhersteller John Deere, die erste Kundenzeitschrift auf den Markt. Und dieses Magazin oder diese Kundenzeitschrift, da ging es eben nicht vordergründig um Landmaschinen, sondern es ging darum, wie man ein Saatgut ausbringt. Es ging darum, wie man oder welches neue Saatgut gerade gute Erträge bringt. Also es ging alles immer um das Leben eines Landwirtes auch. Und das Magazin gibt es immer noch. Doch, in Deutschland hat das zwei Ausprägungen. Ich glaube, einmal ist es eher so forstwirtschaftlich, also gibt es so ein forstwirtschaftliches John Deere Magazin und einmal ein landwirtschaftliches John Deere Magazin. Ganz genau weiß ich es nicht, ich weiß nur, es gibt zwei Ausprägungen. Ich hatte mir das angeguckt, habe das aber jetzt in meinen Notizen nicht mehr parat. Ich habe nur geschrieben, es gibt zwei Ausprägungen. Wichtig ist einfach die Botschaft. Dieses Magazin gibt es immer noch und es ist wahnsinnig erfolgreich. Irgendwo habe ich mal eine Zahl rumgeistern hören, dass es eine Millionenauflage hat. Das ist ganz schön viel. Dahinter steckt natürlich ein riesiges Marketingbudget. Ja, gar keine Frage. Das ist auch der Grund, warum inzwischen der größte Teil des Content-Marketings in den Online-Bereich gewandert ist. Darum, dadurch, dass da der größte Teil jetzt sozusagen passiert, haben wir immer so im Kopf, Ah ja, 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 genau, Online-Marketing gleich Content-Marketing. Nee, 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 Content-Marketing kann online gemacht werden. So wird ein Schuh draus. Und das wird eben häufig gemacht, weil es einfach sehr viel weniger kostet. Zum Beispiel die Druckkosten nicht da sind. Übrigens, nur mal so am Rand, wenn du ein Podcast-Fan bist, gehe ich mal davon aus, wenn du das hier gerade hörst, und zum Beispiel den Zeitverbrechen-Podcast hörst oder überhaupt einen Podcast der Zeit, das ist Content-Marketing für die Zeit. Nur mal so am Rande bemerkt. So, Formate, die sich für Content-Marketing sehr gut eignen, offensichtlich Podcasts, Kundenzeitschriften oder Blogs, E-Books, Newsletter, Social-Media-Posts, ja, Podcasts habe ich schon gesagt, YouTube-Videos oder eben auch Videos auf anderen Plattformen. Studien eignen sich übrigens auch gut, macht die Lebensmittelindustrie sehr, sehr gerne. Dieses bekannte Institut oder Forschungsinstitut Fresenius, die machen auch, sag ich mal, allgemein finanzierte Forschung, aber die forschen auch ganz viel im Auftrag. Und diese Forschungsergebnisse sind dann wieder Content-Marketing. Ganz spannende Sachen passieren da. Cheat-Sheets funktionieren auch, ne, so wie du, also ein Hack, meinetwegen, ne, so Content-Marketing-Hack, kann man als Cheat-Sheet zum Beispiel, als PDF zum Downloaden anbieten. Anleitung, wie du XY machst. Interviews zum Thema funktionieren übrigens auch sehr gut. Und, haha, große Überraschung, dieser Podcast ist ein Content-Marketing-Podcast, denn ich gebe meinen Content raus. Das ist ein Content-Marketing-Podcast für die Frau Niekerken, aber eben auch für meine Interviewpartner und Interviewpartnerinnen, weil die dadurch natürlich auch mehr Reichweite generieren. Aber ihr bekommt oder du bekommst eben ganz, ganz viele Tipps, sodass es reicht, diesen Podcast zu hören. Wenn du dann aber sagst, oh Mensch, das hat mir gefallen und alles das, was die verrückte Frau da erzählt, hat Hand und Fuß und ich bin jetzt sowieso gerade dabei und muss XY machen, zum Beispiel ein Buch schreiben oder mein Content-Marketing mal auf professionelle Füße packen, dann gucke ich doch mal bei der Frau Niekerken, ob sie da nicht einen Kurs hat. Spoiler-Alarm, es gibt demnächst einen Content-Marketing-Kurs und zwar kommt der, ich weiß es nicht genau, ich glaube, am 8. Mai kommt er raus. Auf jeden Fall im Mai kommt er raus. Auf meiner Homepage kannst du dich schon auf die Warteliste setzen lassen. Das einmal kurz zwischendrin. So, Content-Marketing, da waren wir stehen geblieben. Ich hatte dir die ganzen Beispiele genannt, unter anderem eben auch Podcast, aber es gibt noch mehr. Im Grunde ist jedes Format geeignet, in dem du dein Wissen kostenlos teilen kannst. Jetzt ist aber die Preisfrage. Wie viel Wissen kann ich denn rausgeben? Das ist eine Frage, die ich auch immer gestellt bekomme von meinen Coaching-KlientInnen und auch von meinen KursteilnehmerInnen. Ja, Anja, ich kann aber ja nicht mein ganzes Wissen rausgeben, weil mein Wissen ist ja mein Produkt. Das ist bei mir auch so. Und nein, du musst nicht dein ganzes Wissen rausgeben. Ich sage mal so, bei den Beispielen, die ich gegeben habe, John Deere oder Paddy Grippal, also Hundefutter oder Trecker, da ist das nicht so schwierig. Die verkaufen ja nicht ihr Wissen, die verkaufen ja handfeste Produkte. Wenn dein Produkt aber eben dein Wissen ist, dann sieht das gleich ganz anders aus. Das ist aber ein Trugschluss. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel Marketing-Online-Kurse. Das ist ja eben, habe ich ja schon erzählt, genau das, was ich mache. Just in diesem Moment hörst du von mir einen Content-Marketing-Podcast und du bekommst jede Menge Mehrwert. Und ja, du kannst mit diesem Podcast direkt loslegen und 1a, das Ganze umsetzen, wenn du ihn auf deinen Bereich umstrickst. Und genau das ist das Ziel. Du sollst mit diesem Podcast ja auch loslegen können. Jetzt ist die Frage, kannst du damit schon ein Jahr lang die verschiedenen Plattformen bespielen? Ist dir damit klar, ach so, ja, pass auf, das ist meine Zielgruppe, das muss ich machen, das muss ich machen. Und hier sind die ganzen kleinen Feinheiten. Theoretisch ja, ich habe auch mal so angefangen. Ist aber wesentlich leichter und zeitlich viel effizienter, wenn du ein Buch von mir liest oder eben in meinen Online-Kurs kommst. Ich habe das damals auch festgestellt. Ich habe auch so angefangen. Ich habe mir Blogartikel durchgelesen. Ich habe mir Podcasts angehört. Und ich bin dann erst mal losgelaufen und habe dann irgendwann gemerkt, so, jetzt stoße ich hier aber an Grenzen. An Grenzen und dann habe ich mir Coaches gesucht, die mir das beigebracht haben. Und wo ich dann gemerkt habe, ah, okay, guck mal, hier an der Schraube muss ich noch drehen, an der Schraube muss ich noch drehen. Ach so, und ihr ganzes Wissen geben die ja gar nicht raus. Die geben ja nur die Anfänge raus. Die Feinheiten kriegst du dann in Büchern oder eben in Kursen. Und die Kosten hast du über die Zeit auch schnell wieder raus, weil du eben nicht so viel Trial and Error machen musst wie im Kurs. Also das rechnet sich dann schon. Also wenn du deine Zeit berechnest und das mal gegenrechnest, dann rechnet sich so ein Kurs auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich persönlich, ich gebe in meinen Büchern und Kursen noch viel mehr Wissen raus, als ich das hier in diesen freien Geschichten halt mache. Eine Faustregel, die ich auch so anwende fürs Content Marketing, 30 Prozent Wissen im öffentlichen Zugang, weitere 30 Prozent gebe ich an meine Newsletter-Community raus und die restlichen 40 Prozent, die sind für meine KundInnen reserviert. Es gibt sogar TrainerInnen, vor allen Dingen, die so US-geprägt sind, die geben 100 Prozent raus. Und auch das funktioniert. Denn die Theorie dahinter ist, du gibst ja nie 100 Prozent deines Wissens auf einmal raus. Mache ich ja jetzt hier im Podcast auch nicht. Ich erzähle dir ja jetzt auch nicht die komplette Content Marketing Strategie, die ich über alles ausgerollt habe mit Zielgruppenanalyse und hast du nicht gesehen. Sondern das geht ja häppchenweise. Diese 100 Prozent, die sind zum Beispiel auf 100 Blogartikel oder 100 Podcasts verteilt. Diese werden erfahrungsgemäß nicht alle gelesen und nicht alle umgesetzt. In einem Kurs aber schon. Und dann kommt natürlich der persönliche Aspekt dazu. Und das macht dann den Unterschied. Bei mir ist es eher die Faustregel, die ich dir vorher genannt habe. 30, 30, 40. Das ist so ungefähr meine Faustregel. Wichtig ist, dass dein Content immer die Antwort auf eine Frage ist, die deine KundInnen in Spee haben. Es ist wichtig, dass du nicht die Sachen rausgibst, die du für geeignet hältst. Wichtig ist, dass du die Sachen rausgibst, wo deine Kunden oder KundInnen in Spee ein Fragezeichen haben. Wie beispielsweise jetzt diese Podcast-Folge, die du natürlich auch wie immer als Blogartikel nachlesen kannst. Das war eine Frage aus der Community, die kam. Das war einfach so, dass immer öfter mal kamen, ja Mensch und toll, aber was ist Content-Marketing denn jetzt überhaupt? Und ich hoffe, ich konnte die Frage damit beantworten. Und denk immer an die geschmuggelten Fahrräder. Dein Content ist dazu da, deine Message, dein Produkt und dich immer wieder in die Köpfe deiner Community, deiner Homies reinzubringen. Und last but not least, das hier ist alles nice to know, bringt aber nix, wenn du nicht in die Umsetzung gehst. Denn, wie du weißt, Wissen ist nur der Trostpreis, Tun ist der Jackpot. That's it, folks and friends. Das war's von mir für heute. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast mit der Folge Was ist Content-Marketing? Wenn du im Hintergrund irgendwas klappern hörst, mein Sohn macht sich was zu essen und scheint dabei irgendwie ziemlich laut zu sein. Aber vielleicht hörst du es auch nicht mit Chance. Naja, anyway, was wollte ich sagen? Mein Name ist Anja Niekerken, das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Und es gibt mein neues Buch, das Content-Marketing-Buchcamp mit 25 Ideen für dein Content-Marketing. Schau einfach mal bei Amazon rum, gib meinen Namen ein und das Content-Marketing-Buchcamp und da findest du es. Damit kannst du auf jeden Fall gleich loslegen. So, jetzt war's das aber wirklich. Ich bin raus für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und nächste Woche habe ich eine wunderbare Kollegin von mir am Start, und zwar die Geraldine Schüle. Geraldine ist Influencerin und Autorin, hat zwei Bücher geschrieben, eins im Drömer-Knauer-Verlag. Und ich weiß gar nicht, in welchem Verlag weitwärts erschienen ist, aber das klären wir dann alles nächste Woche. Und Geraldine ist spezialisiert auf Storytelling. Und wir haben uns über Storytelling unterhalten, denn die Frage kam auch öfter aus der Community von dir, von euch. Was ist denn jetzt Storytelling und wie macht man das? Und darüber unterhalten wir uns. That's it. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.